Willkommen zurück zu einer neuen, hodenzerquetschenden Folge Sniper Elite 4 mit dem Mann, der Geschmack gefunden hat an saftigen Nazi-Hoden, Quantum. Was? Das war wohl die ekelhafteste Begrößung, du da je gemacht hast. Bist du stolz auf mich? Ich schaff's jedes Mal aufs Neue, ne? Wow, ja. Aber du hast in der letzten Folge gesagt, boah, Hoden, man, da schieß ich jetzt gerne rein. Das, so war das, was? So war das, was? Reaver. Die Partisanen haben uns ein Gefallen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rothbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rothbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rothbauer ist Böhm's Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Zyanid. Rothbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhm's Plan. Rothbauer heißen Menschen wirklich so. Habe ich noch nie gehört den Namen. Ja, nur weil du es noch nie gehört hast. Was ist passiert? Sie hat ja anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Ja, deine Frau ist wütend. Kümmer dich mal mehr. Sie will weder nur Versöhnungsex. Was für ein Gestank. Ist das ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharf-sinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist... kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten, noch... das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so... leicht war, mich zu entführen? Sofias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas, noch dem Vaterland. Ich bin, ähm... Wie sagt man noch gleich? Einem... Ein Windei. Rotwuchs an Mutterhenne. Rotwuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotwuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Wir wurden reingelegt. Wir können niemandem trauen. Joe! Ich bring dich am besten um. Warum? Ich bin dein Auszubildender. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Ich hab deine Mama genommen. Du kannst mir trauen. Meine Mama ist tot. Nein, Joe. Nein. Nur weil sie geschrien hat, heißt das nicht, dass ich sie umgebracht hab. Totes Schreien nicht. Das war ein sehr lustvolles Schreien. Ich wundere, warum es so kalt war. Egal, es hat mich nicht gestört. Im Krieg muss man nehmen, was man kriegen kann. Wow, es ist ekelhaft. Die Folge ist echt gut, oder? Das gibt Klicks. Wie gehen wir vor? Stealthen, oder? Du fragst mich das jedes Mal. Ja, jedes Mal. Weil du bist derjenige, der das abwiegende erscheinen muss. Bring ihn um. Ja gut. Ist tot. Der wird einfach rumgeschossen. Rumgeschossen. Wie bei deiner Mom. Der war gut. Achtung, die kommen jetzt irgendwo da hoch. Siehst du sie? Hier drüben. Der ist ganz schön abgeknickt. Wie bei deiner Mom. Oh mein Gott. Bring den um von mir, danke. Ja, bitte. Jetzt bin ich aber durch mit den Muttersprüchen. Ehrlich versprochen. Immer looten, ne? Vielleicht ist was Gutes drin. Guck hier, ich hab schon wieder Munition gefunden. Ja, das ist schön. Bist du jetzt ein Diplom? Wäre nett, ja. Würde ich mich drüber freuen. So wie die YouTube. Den hab ich weggeworfen. Gold. Bist du nicht kurz davor? Na, kurz davor. Laut Analytics heißt es, es würde noch ein halbes Jahr. Na, nee. Ein Jahr, glaub ich, wird's noch dauern. Boah. Dann gehst du damit in eine Bar und sagst den Mädels. Jaja, und die sagen dann, wow, ich bin so nass. Nimm mich, großer Hecht. So läuft's. Hm. Vielleicht in deiner Fantasiewelt. Im echten Leben scheißen die auf YouTube. Dann zeigst du ihnen halt den Kontoauszug. Ja, wow, die 900 Euro brutto. Das Taschengeld. Achso, heißt es noch immer, dass man Taschengeld verdient? Ja, klar, verdiene ich Taschengeld. Wieso? Die Anteile an dich sind groß. Ich hab keine Eingänge, hallo? Tja, wir hatten wahrscheinlich von Disney abgefangen. Sag mal, wo sind denn die ganzen Gegner? Joe. Unten ist irgendwo einer. Siehst du ihn? Ja. Wow, wir haben sogar eine Animation spendiert. Hinten ist noch irgendwo einer. Siehst du den anderen auch? Ach, rechts. Rechts, oder? Ja, ja. Machst du ihn? Mach ich ihn? Ich mach ihn. So, der Feind sucht. Es kommt gleich einer hier die Treppe runter. Was? Nee, er bleibt oben stehen. Aber der müsste hier sein. In der Nähe von der Treppe. Hinter uns ist auch noch einer. Seh ihn, Moment, ich mach den hinter uns. Jo, Augenschuss. Immer wieder der gute alte Augenschuss. Hörst du ihn nicht in der Ferne? Wie er brüllt? Ich hör gar nichts. Alter, hörst du ihn? Hast du nicht gehört? Nee. Da ist noch einer. Oder du dich wieder einbildest. Nein, hier ist noch einer. Hinter uns ist noch einer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. War das ein Helmschuss? Das war ein Kopfschuss. Also hinter uns ist irgendwo noch einer am Leben. Aber ich sehe ihn leider nicht. Alles klar. Die Luft ist rein. Warte, hier vorne müsste auch irgendwo einer sein. Weil nachts sind Nazis eben extrem gut getarnt. Da vorne kommen welche. Oh, da kommen ein paar. Ganz gegenüber. Geradeaus. Links. Moment, das Boot ist eine Bedrohung. Hörst du diese Holzangabe? Hast du es gehört? Was? Boot ist eine Bedrohung. Ja, dann macht das Boot tot. Da mache ich es auch. Reimt sich. Weißt du? Hm, bis nächterharter Reimer-Boy. Nein. Was? Daneben geschossen. Was für ein Noob. Was für ein Noob. Das Ding bewegt sich wahnsinnig schnell. Das ist Speedboat. Wieso lebt der noch? Jetzt das Boot, klar? Jetzt hast du ihn explodieren lassen. Ja. Das Boot. Was ist mit dem? Bist du vom Boot besessen? Ja, bin ich. Da hinten ist noch einer. Schon wieder ein Augenschuss. Irgendwie kann ich nur Augen treffen. Ich mache den Nazis schöne Augen. Was hast du eben gerade gemacht? Jemanden getötet? Das ist mein Job. Das ist dein Job? Mensch, jetzt bleib doch ruhig stehen, du Vollpflaume. Guck mal hier oben. Hier oben geht es rund. Bist du bei mir, mein Freund? Nee, ich bin. Oh shit. Oh fuck. Was sind denn jetzt? Oh god, oh god, oh god, oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Ich muss sich hier retten. Oh god, ich bin schwer verletzt. Echt jetzt? Ja. Nimm eine Bandage. Ja. Die kamen ganz plötzlich aus dem Nichts. Scheint ein schönes Gefühl zu sein, schwer verletzt zu sein. Was treibst du denn da hinten, Joe? Ich bin hier umzingelt Was soll ich davon nur halten, mein Junge? Erstens, bin ich nicht dein scheiß Junge? Mein Bub Ach man, jetzt schieße ich wieder daneben, weil er sich natürlich genau dann bewegt Wenn es wichtig ist So, das Boot ist wieder da Das muss weg Fahrer schlauen Ich kriege irgendwie keine Animationen hin Oh, jetzt habe ich mal eine bekommen Schön Bist du undankbar So, hier, Boot explodiert Sehr gut Du bist die Maschine Ja Hä? Da drüben ist noch einer Na, jetzt geh nicht hier hoch, sondern jetzt springt er wieder über die Leiter Komm schon, zeig dich Zeig dich, zeig dich, zeig dich Und Oh, wunderschöner Kill Also die Queen, die ist auf jeden Fall Amused Oh shit, hier unten sind ja tausende Ah, wo bist du, mein Freund? Mann, er ist hier in Deckung Hier, hier steht einer Aber ich kriege ihn nicht Hinterlebt ihr noch? Ich kriege ihn nicht Wenn ich noch einmal die Leiter hier runtergehe, flippe ich aus Benni, was treibst du denn da hinten? Ich Bin am überleben Da kam ein Mann, der hatte so eine spezielle Super-Nazi-Waffe, war ein spezielles Super-Nazi-Sondermodell und der hat gesagt, ja, ich schrubb dich mal weg. Oh fuck! Genau den meine ich. Hast du gesehen? War eine Super-Nazi-Waffe. Ja, absolut. Nee, das war ein Cheat. Das war ein Cheat, ja. Bin schon hier, Baby. Reib mich, knet mich. Machst du meine? Pass mich an. Sei nicht schüchtern. Massage. Da hinten ist immer noch gelernt. Gelernt ist gelernt. Oh, was? Hinter uns! Wow, wow, wow. Da ist noch einer. Da ist noch einer, oder? Nee. Das war die Blume. Ich hab eine Blume mit einem Nazi verwechselt. Auf der anderen Seite ist noch einer. Das passiert häufiger. Hier sehe ich noch einen. Ja, einer rennt hier drüben, aber hier sind noch ein paar andere. Also auf jeden Fall ein Auto. Fahrzeug gefunden. Bis jetzt haben wir uns irgendwie erst fünf Meter bewegt, ne? Ja. Da lassen die Leute hier immer wieder nachkommen. Oh, ey. Wo, 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 wo. Hat schon wieder jemand. Wir kommen hier nicht vom Fleck. Nee. Die Nazis wachsen wie Blumen aus der Erde. Stachelige Rosen. Was zur Hölle? Ich schieße genau in sein Face, ne? Was ist das hier für Nazi-Cheats? Wer, 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 wer? Ah, da kommen noch tausende über die Straße hier. Au! Was war denn das für ein Treffer? Bist du bekloppt? So, hier bitte und zack. Nein, der lebt noch. Oh mein Gott, ich schieße daneben. Okay. Aber hinter uns, jetzt kommen sie auf einmal hinter uns. Hier vorne kommen auch wieder welche. Was ist das hier für eine Stelle? Wie viele sind hier in der Stadt? Ich habe einen Jäger getötet. Oh, oh. Vor mir sind. Was? Können wir endlich weitergehen? Was meinst du? Vor mir sind welche? Drei Leute. Strandnazis. Der eine geht hier nach oben. Er geht immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Oh mein Gott, vor mir sind drei Leute. Habe ich ihn einmal getroffen? Ist down. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Auf einmal kommen hier noch ein paar Nazis von hinten. Wir haben vorhin auch wieder, weil ich glaube ich... Komm schon, komm schon. Double Kill. Gib mir mal ein Double Kill. Durchs Herz. Und der da hinten simuliert. Den habe ich gar nicht getroffen. Na, 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 na. Alright. Okay, komm jetzt mal... Wo sind wir auch da runter? Alright. Ich muss erst hier alles ausrotten. Oh Gott. Alter, die Kniescheibe zerbrochen. Oh mein Gott, das ist krank. Sind jetzt alle tot? Ja, bevor die wieder hier spawnen. Alles sind tot. Oder was auch immer passiert hier. Das Problem ist hier bei mir geht schon wieder die Munition aus. Ja. Moment, ich muss den Nazi hier drüben anfassen. Haben wir eigentlich schon auf die Karte gestorben? Gibt es denn so eine gute Massage? Also. Hinter uns kommt schon wieder einer. What the... Muss ich auch durchsuchen, aber hier... Ich habe nichts. Ey, wer schießt auf mich? Ist tot. Ja, okay. So, jetzt schauen wir erstmal, wo müssen wir denn hin? Wir müssen geradeaus. Ja, wir müssen einfach geradeaus. Eigentlich eine total kleine Karte. Klein, überschaubar, niedlich. So, niemand hat hier Munition. Ah, der hat er. Jesus Christ, ein bisschen was. Also die andere Seite habe ich auch schon ganz gut ausgedönnt. Gewehrmunition, endlich. Kleines bisschen. Was hat der hier? Kommen da schon wieder welche von hinten angewackelt? Ah, hier ist Munition. Eine Munitionskiste, oder wie? Ich bin einfach drüber gelaufen. Hat es geblinkt. Und wenn es blinkt, ist gut, oder? Ich glaube schon, ja. Hallo, Nazis. Und du? Da drüben, stopp. Oh, jemand entdeckt mich. Jemand entdeckt mich. Bleib cool. Bleib undercover. Wo ist der? Also zwei sind vor uns. Und zwei sind über uns. Da müssen wir auch hin. Da haben wir irgendein Ziel. Ich sehe den nicht, der mich entdeckt. Ja, die war immer. Geh runter, geh runter. Der sieht mich. Ah, vor uns. Links. Jetzt rennt er hier. Rechts hoch. Die Straße. Ich sehe an, ich sehe an, ja. Bauchschuss. Ich baue einen. Ich gehe da jetzt hoch. Irgendjemand. Oh, shit. Das war nicht gut. Oh, Gott. Ich werde hier gerade. Ich gehe jetzt oben hin. Ich kümmere mich mal hier um die Missionsnummer. Das Ziel, ey. Das Ziel. Wer schießt denn auf mich? Oh, hier oben ist ein richtiger Stützpunkt. What the fuck? So, also. Diese riesige Kanone muss verschwinden. Als ich mit deiner Mom fertig war, hat sie dasselbe gesagt. Oh, mein Gott. Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Oh, mein Gott. Ich wurde genau in dem Moment angeschossen, wo das explodiert ist. Schön, oder? Das ganze Entertainment-Paket. Hier ein Sniper. Wir sind halt true professionals. Warte mal. Hier oben gibt es bestimmt auch noch irgendwas witziges. Oh, guck mal hier. Hier können wir uns dann zur Ruhe setzen, wenn der Krieg vorbei ist. Richtig schön hier. So eine kleine Finca. Du, hier kommen bei mir tausend Leute. Hallo? Während du hier Urlaub machst, oder was? Einer muss es ja machen. Da vorne rennt noch einer rum. Übernimm. Hast du? Nee, ich habe gar nichts. Hier schließt jemand. Ja, also. War das gar nicht so schwierig, oder? Heute lasse ich dir mal die Kills. Was? Welche Kills? Ja, die Kills eben. Heute bist du der Held. Ich bin immer der Held. Im Herzen. Ja, schon. Ja, geht so. Ja, ja schon, aber mehr als du. Ob, was? Ja, schon. Wann kriegst du denn mal Blumen zugeworfen, ha? Ne. 1985 habe ich das letzte Mal bekommen. Und du? Gestern. Das ist eine Lüge. Da kam so eine Frau, hat mir einfach so eine Rosen überreicht. Und eine tolle Arbeit. Frauen überreichen keine Rosen. Danke. Ich bin dein größter Fan. Wir haben es verliebt. Stan. Hey, heute mache ich irgendwie nur untödliche Treffer. Du willst, dass sie leiden sehen, oder was? Scheint, ja. Hier, ich habe ihn getötet durch einen Knieschuss. Wusse ich nicht, dass das tödlich ist. Kaffee Mario hier drüben. No, no, Cappuccino, Spaghetti, Bolognese. Hast du Italienisch? Ja, ein bisschen. Ich kann auch Griechisch, aber das weißt du ja. Du ein kleiner Schmutzfing. Komm schon. Ne, eben nicht. Das heißt, du hast verschissen. Ja, du magst es auch, wenn ich so schmutzig bin. Geht's. Ne, mitten auf der Straße. Because nobody cares. Hier ist irgendwas, wo wir wieder zerbomben müssen. Oder, keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Ziel. Wow. Da ist noch einer nach vorne. Hier scharf geschossen. So viel zu Quantum. Objectives, weißt du? Ja, ich will nur Kills machen. Scheiß auf Objectives. Aber die müssen wir machen. Ja, mach doch. Achtung, da kommt ein LKB. Die müssen wir aufhalten. Die Route. Dann sag halt, nimm dein Schild und sag, stopp. Bitte stehen bleiben. Da hat sie Kontrolle. Mist, ich habe nichts zu Sprengladung. Ich ziehe einfach den Weg, damit du die Objectives machen kannst. Hast du Sprengladung? Bodentreffer. Aber leider keine coole, sexy Anime. Sprengladung? Ich kann eine Mine hingelegen hier auf die Straße. Der kommt bald. Dauert nicht mehr lange. Ich leg hier einfach irgendwas hin. Ja, leg mal. Aber leg es so schön mittig. Ich habe was hingelegt. Siehst du das nicht? Das ist doch gut, oder? Hast du noch mehr? Ne. Das war es. Nur der eine gehabt. Pleite. Hallo? Sparmaßnahmen. Die Queen trinkt einfach zu viel Tee und Biskuit. Das Budget gibt leider nicht mehr her. So, der müsste jetzt irgendwie demnächst kommen. Mehr werde ich hier nicht finden. Aus der Richtung. Irgendwo da hinten ist auch noch ein Soldat. Hm, hier vorne ist die Luft. Offizier ist auch noch hier drüben. Hm, sehe niemanden hier? Alles ist gut? Warte, warte, warte. Wir müssen bei deiner sexy... Aber das ist ja eine Personengeschichte hier, ne? Die Mine. Oh, da hinten kommen sie. Oh, shit. Da kommen... Oh, eins, zwei, drei, vier bei mir. Ich komme zurück. Wow. Und jetzt kommt auch noch der Konvoi. Alles auf einmal. Hey, da sind Tausende. Millionen. Oh, sie sind schon viel vorne. Oh, shit. Das ist nichts für die Snipper. Rückzug, ein bisschen mehr. Rückzug. What? What? Töten! Oh, Gott. Der hat sich genau jetzt geduckt. Da kommt der Konvoi. Oh, Gott. Oh, Gott. Wir werden sterben. Wir werden sowas nicht sterben. Jetzt fährt er nicht weiter, oder was? Sterben. Oh, okay. Ja, was ist mit meiner Mine? Was ist mit meiner Mine? Meine Mine. Ja, Fahrradkill. Wer schießt denn hier? Achso. Hier ist noch ziemlich viel los. Kanonenkill. Richtiger Zauberer bin ich. Ah, ich habe keine Munition mehr. Oh, was? Nichts mehr. Leer. Ist hier drüben Munition? Komm schon, Junge. Gib mir doch irgendwas. Oh, alles leer. Nichts mehr. Geil. Wer schießt denn hier noch? Ja, da drüben sind noch eine Menge. Jesus Christ. Ich habe nur Baguette. Aber keine Munition. Oh, Gott. Da sind doch... Jetzt kommen die anderen wieder von der linken Seite dann hier. Ja, aber ich brauche Munition. Du brauchst eine Munition? Sehr gut, ja. Oh, da kommen sie. Von uns. Ja gut, dann übernimm du. Nein. Ich war hier... Oh, Gott. Ja, jetzt komme ich nicht mehr weg. Wie soll ich dich denn da wiederholen? Ja, komm. Ich habe einen getötet. Geht schon. Die Luft ist rein. Schnell, 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 schnell. Oh, Gott. Jetzt nicht. Nichts gibt es hier. Aber ja nichts. Nachlagen. Achtung, da hinten ist noch einer. Ich sehe niemanden. Ich sehe nicht hier aus meiner Perspektive. Dankeschön. Das heißt Perspektive. Echt? Da drüben ist noch einer vor dir. Ja, ich will ihn abschlafen. Ich habe... Sorry. Dann brauche mir Kugeln. Senor. Excuse me more. Alles klar. Ich brauche jetzt erstmal hier ein bisschen Stuff. Vorsicht, hier explodiert euch was. Oh. Kleines Tier, ne? Ich umgehe sie und komme von hinten. Ich komme frontal. Und wie läuft's? Läuft gut. Ach, da drüben ist noch einer. Ach, hier sicher überlebst du das. Tja, mit Quantum geht jedes Spiel zu Call of Duty. Das ist nicht wahr. Das ist wahr. Das ist meine Art zu Stealthen. Nur weil wir andere Ansichten haben von Stealth. Du weißt, was Stealth bedeutet? Ja, drauf losgehen und schießen. Genau, ja, ja, ja. Das ist schon richtig. Nee, das ist schon verreckt. Ich finde ja nicht blöd, hallo. Da hinten ist die Villa. Wo bist denn du jetzt überhaupt? Ich habe die komplett aus der Karte verloren. Großen Missionsziel. Ich mache das, wofür man mich bezahlt. Nazis bashen. Ich wollte hier von hinten kommen. Kein Wort des Dankes. Wie jetzt Dank? Für was denn? Naja, für meine Aktion. Welche Aktion? Na, die von hinten Aktion. Dafür soll ich mich bedanken? Ja, schon. Für die von hinten Aktion? Ja. Ich glaube, ich habe mindestens dreimal das Leben gerettet dadurch. Wenn nicht fünfmal. Wahrscheinlich, ja. Ich fühle mich auch schon ganz errettet hätte. Ich habe Briefe von Goebbels. Nehmen Sie mit. Sie sind wahrscheinlich total wichtig. Wer schießt denn hier? Leute, Schussgeräusche und kein. Bist du tot? Ja. Irgendjemand wird geschossen und geschossen. Naja, hier hinten ist irgendwie die derbe Aktion. Wo ballern die denn hin? Was machen die da drüben? Spaß haben. Hätte ich auch gerne. Gut, muss reichen. Hatte ich schon lange nicht mehr. So, jetzt müssen wir irgendwie hier hoch. Drüben ist wieder einer. Da hinten ist immer noch einer. Komm schon, zeig dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich habe nicht unendlich Luft. Wirklich? Oh mein Gott. Da ist noch irgendwo einer. In der Ferne. Hier. Seen und tot. Gut. Da hat doch jemand ein Tonband laufen mit den Schussgeräuschen, oder? Ja, eben nicht. Ah, hinter uns. Okay, die sind alle oben im Garten der Lüster. Nazi-Garten der Lüster. Oh yeah. Derotische Abenteuer. Kommt der Nächste. Die hier noch rüber geflogen ist. Oh shit, Granate. Wo liegt die denn? Ach so, hier. Der Typ ist aber schlecht im Werfen. Hat er sich selbst getötet? Ja. Ja. Da fliegt seine Brocken rum. Tja, das sind die besten Männer, ne? Kein Wunder. Wir müssen hier rein. Die Villa. Ja, ich habe hier dann von hinten gemacht. Da ist alles sauber. Da machen wir dann unseren Ruhestand. Siehst du es hier? So mit einer Flasche Vino. Schaukelstuhl, oder? Da sitzen wir dann. Aber die Aussicht ist ja beschissen. Warum hier hin? Sehe hier nur das Gebüsch hier vorne. Ja, dann eben hier hin. Design-technisch nicht so prickelnd, hallo? Ist der Panzer hier aktiv? Nein, oder? Ne. Das wäre mies. Gut. Wo ist denn hier der große Nazi-Macker? Muss irgendwo hier sein. Ich gehe mal nach oben. What the? Was? Wo bist du? Wie schnell holen die dich denn weg? Hier. Wo war der? Was denn? Nein. Ah, ja. So, war zumal. Was ist der Moment noch nicht schießen? Ich schieße doch nicht. Ja, ich muss dich schießen. Hallo? Ich dachte, es war Rotenbauer. Ich dachte, es wäre jetzt was Besonderes. Weißt du, dass man da irgendwie jetzt krasse Sachen machen kann mit dem? Ich habe die Tresor-Kombination. Scheint alles gewesen zu sein. Ich habe wieder Briefe von Goebbels Mom. Warst du auch in ihr drinnen? Ja. Warum denkst du, warum das so durchgedreht ist? Ich habe ein Monster gebeten. Oh mein Gott. Propaganda-Aufnahmen hat er gefunden, oder? Ja. Wo ist denn der Tresorraum? Ich will Manni. Oh Gott. Eben gerettet. Aber hart. Aber hart. Ja, hart. Hart ist was anderes. Also. Okay, jetzt müssen wir nach oben wieder. Ich bin nach oben. Nein, nein. Raus aus der Villa. Einmal hier die Straße runter. Ja, aber die Tresor-Kombination. Setzt du dann woanders ein? Ja, warum? Ja, weil halt ist so. Ach so. Der steht halt woanders. Er hat die Kombination dabei für den Safe in seiner Zwei. Der ganz woanders ist. Ja. Das ist so wie dein Bankkonto in der Schweiz. Genau. Damit ich halt keine Steuern zahlen muss. Deswegen bin ich auch in der Schweiz gemeldet. Sehr richtig so. Guck, da hinten ist sogar so ein Symbol für ein Safe. Der ist irgendwo da in den Bäumen versteckt. In den Bäumen. Wahrscheinlich unter der Erde. Muss man ausgraben. Ja, ja. Natürlich. Blackgobble, Schatz. Äh, wie lange jetzt? Irgendwas ist da drüben noch. Töte den Scharfschützen. Hier ist die Party wieder. Ach, das ist die Partisanen-Party. Was du meinst. Party, Party. Viele Jungs sind da oben. Jesus Christ. Na komm schon. Was redest du? Ja, ich brauch die Verweise. Ey. Bin wir drin. Was soll denn das schon wieder? Ach so, das ist der eigene. Fuck. Ey, wir sind schon hier, Jungs. Wir sind hier irgendwie schon seit einer halben Stunde, ne? Und keiner hat den anderen je getroffen. Ja, wir gehen gar nichts weiter. Ey. Ganz, ganz merkwürdig. Go, go, go. Ihr müsst schon hier rüber gehen. Nein. Da ist noch einer. Irgendwo da oben. So, und jetzt müssen wir da durch. Da hinten ist irgendwo noch ein Ziel, wo wir hin müssen. Shotgun-Munition. Ich hab ne Shotgun dabei. Anscheinend, ja. Schon seit längerem. Die Verwirrung ausnutzen, ja. Welche Verwirrung? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt, du nicht? Wollen wir jetzt zu meiner Frau gehen eigentlich? In den Bäumen sind noch Nazis. Moment. Ich bin kein Hodenschuss. Jetzt doch nicht. Diese Folge ist hodenfrei. Nee, eben nicht. Will ich nicht. Wer hat mich entdeckt? Lass dir mal bitte die Eier wegschießen. Hat er gerade gesagt, du bist festgenommen? Du bist festgenommen. Hier gibt's wohl nichts mitzuholen. Das ist aber romantisch mit dem Lagefeuer hier und so. Jetzt aber bitte keine amorösen Gefühle hier. Wir sind da, um zu töten. Nicht um zu kuscheln, ja? Das ist nicht dasselbe. Mit dir vielleicht. Liebe ist gleich der Tod. Liebe ist aber auch gleichzeitig das Leben. Hab ich schön gesagt. Was? Ich hab's nicht verstanden, aber die Explosion. Was wären wir nur ohne Liebe? Frei. Du meinst, ohne Trieb. Ist was anderes. Weil das Liebe und Trieb das gleiche. Ja gut, ist was anderes, ja. Zwei verschiedene... Mann, da oben wär so ne, so ne kleine Brücke gewesen. Hätten wir rübergemusst. Müsst. Müsst, müsst. Vielleicht gibt's aber hier noch nen Seitenweg. Alles klar. Ah, guck mal hier. Hier kann man auch hoch. Ich bin dauernd am stöhnen. Tja. Liebe eben, ne? Ne, Triebholz, oder? Ne Mischung. Okay, Moment. Jetzt kommen wir hier auf die Karte. Da drüben geht's weiter. Atmen wir schon mal durch, Soldat? Nazis. In der Nähe. Irgendwo hier sind welche. Über uns. Kommen wir hier rüber? Siehst du einen? Ne. Irgendwo hier muss einer sein. Nazi, hallo. Ah, hier drüben ist noch einer. Nein. Haha. Jetzt rennen sie aber hier zum Bunker. Ich glaub, die kommen jetzt alle dahin, wo der andere war, oder? Und kontrollieren jetzt, ob da noch jemand lebt. Ne, hervorragende Idee. Fänd ich auch. Guck, guck. Kommen die anderen auch? War das nur einer noch? Ne, oder? Das war doch eben gerade noch mehr. Hab doch da eben gerade noch ein bisschen mehr. Vielleicht hat er das zugelernt. Ne, doch nicht. Ist vorbei. Okay. Gut, dann, ich denke, hier an der Seite müssen wir rein. Achtung, hier könnte einer drin sein. Ich hoffe es. Ich will dir keine Angst machen, aber es könnte sein, dass hier... Hier, gut so. Rotbauer. Rotbauer. Jetzt heißt er aber Rothbauer. Im Englischen. Im Englischen? Im Englischen. Und hierhin. Guck, zack, zack, brak, boom, bam, bam. Wo ist der Schatz jetzt? Oh, shit. Oh, Gott. Gibt gleich noch ein Geräusch. Hunde. Ja. Was ist drin im Tresor? Gold, Nazi-Gold. Ich hab vertrauliche Dokumente. Ich hab nur Gold gehört. Da waren nur Dokumente drin. Ja, mit Dokumenten kann ich aber nichts kaufen. Ne, was soll denn der Mist? Wo ist das Nazi-Gold? Wie kommt man denn jetzt hier wieder raus? Ach, hier drüben. Ja, und jetzt müssen wir im Moment hier den Weg hoch und dann noch den Schützen töten. Dann sind wir durch, oder? Ich mein... I don't know exactly. Ich bin nur hier, um zu töten. Das ist my business. Hier müssen wir auch der Deck nicht sein. Hier sind noch mehrere. Tausende. Warte. Och Mann, schon wieder keine Hoden. Klebt er noch? Ja. Klebt er noch? Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Ich schneid's ihm raus. Ich schneid's ihm raus. Von vorne, Messer. Und? Oh! Ist er den Hoden rausgeschnitten? Ja. Geist. Hast du daraus eine schöne Kette? Was? Eine Kette? Ja, ja, so wie der Predator. Ey, das gibt es nicht. Ich geh heute nur down. Also heute ist nicht mein Tag. Ist einfach nicht mein Tag. Ich schieß ihm wieder. Straight. In die Balls. Und er so, nö, interessiert mich nicht. Habt nämlich gar keine. Ha! Hab ich hier? Achso, ich hab hier eine Sprengfalle hingestellt. Zuerst. Das war unabsichtlich, glaube ich. Sehr nützlich. Hä, wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Wer, wer hat mich denn? Wer entdeckt mich? Wo? Meine Güte. Wo kommt denn der her? Das ist Drama. Aus dem Nichts. Kommt man da durch? Der Wald ist total verwirrend. Nee, wir müssen... Können wir da rüber klettern? Nee. Ach, come on. Aber hier sind wir falsch. Wir müssen irgendwie da unten auf die Straße. Ja, wozu war das dann gut hier? Ja, du wolltest töten. Du hast gesagt, ja, Blut. Ja gut, okay. Das gibt's hin natürlich. Das waren deine Worte. Hier. Mehr Blut. Mehr Nazi-Blut für Nazi-Opferungsrituale. Für Satan. Satan. Die Dominus. Stactus. Nazinus. Ernte-Musikus. Wie du lebst noch? Sag ja, heute haben die einen Geschweineklöcke. Ja, er duckt sich genau in... Jetzt reicht's mir aber. Echt jetzt? Ja, weil man... Oh, komm. Ja, okay. Jetzt kann ich eben aufhören damit. Ach, schon wieder keine Balls. Ich bin verletzt. Er ist verletzt. Warte, ich rette dich. Ey, komm. Ey. Ey, ich wollte noch die Kette vervollständigen. Moment. Jetzt sollen wir hier hin? Ich hab alles aufhören. Ach, das ist einer von unseren... What? Oh, war das? Was ist das für ein Sniper? Was, der steht hier unten, oder was? Ja. Ja. Was für ein Idiot. Die große Flucht. Mehr finde ich nicht, ja. Es wird Zeit für die große Flucht. Zeit für ein... Ja. Zeit für den Abgang. Können wir gehen. So, und wenn der hier vorne tot wäre... Da hinten ist noch einer, ne? Da hinten war noch einer. Einer ist noch am Leben. Musst ihr jetzt auch noch sterben oder wollen wir ihm das Leben schenken? Töten! Neueser. Hm. Ja. Was? Warum musst du sie ja nehmen? Scheiße, ich gehe in den Ruhestand. Ich gehe jetzt. Rente. Wohin? Ja, nach Haus. Schluss jetzt. It's over? Für mich schon. Jetzt Überlebende. Bist du jetzt noch am Leben? Hier ist doch noch einer. Wo sind wir? Wir sollen aber hier hin. Ich bin doch hier, bei dir. Danke. Ein Blutbad. Amen. Ende. Ende. Obwohl Quantum durchgewütet ist. Wie eine Maschine habe ich trotzdem mehr Kills. Gut, wir sehen uns. Hallo, darum geht's doch gar nicht. Darum geht's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Es war mal wieder nett. Nächste Folge ist dann das Finale, ne? Dann ist es vorbei. Ist er aus? Aus. Uh. Was? Gut. Also, wir werden nicht vergessen. Es ist total wichtig. Sonst kriegt Quantum wieder seine Pillen nicht. Dann bekommt's ja mit. Dann gibt's irgendwelche Nazi-Erntemusik, die getrallert wird. Und er hat Hormonschwankungen. Er braucht seine Hormone. Er wird wieder zur Frau. Danke fürs Zusehen. Und tschüss. 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 Tschüss.